Wie ihr wisst, jagt heute ein Höhepunkt den nächsten. Und der erste Höhepunkt kommt jetzt. Der erste Höhepunkt kommt jetzt. Wir haben viel zu bieten heute Abend, aber jetzt kommt jemand auf die Bühne. Da sind wir alle ganz stolz drauf. Und zwar ist es der Max, der Sohn von unserem Keyboarder. Er gibt jetzt sein Können zum Besten. Dicken Applaus für unseren Max! Max, das ist dein Applaus. Bist du aufgeregt? Ja. Bist du aufgeregt? Ja. Aber die helfen dir dabei, oder? Helf dir der Max? Ja. Max, bist du bereit? Ja. Der Max singt euch jetzt ein Lied. Ein Lied. Und welches? Über sieben Brücken mussten. Ich glaube, das haben die nicht verstanden, weil der Applaus war so leise. Die haben die Stimme verstanden. Welches Lied singst du? Über sieben Brücken musst du gehen. Hier ist der Lied auf Bühne. Das 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 ist der Lied auf Bühne. Manchmal sitzt man auf der ganzen Welt, manchmal sitzt man auf der ganzen Welt, manchmal meint man das, wenn es nicht mehr hält. Manchmal ist man auf der ganzen Welt, manchmal bleibt man auf der ganzen Welt, manchmal steht man auf der ganzen Welt, manchmal ist man auf dem Boden zu nehmen. Liebe Maa, wie hättest du die Aschen rein, aber heil war doch der Herr, der Schein. Lieber ich, lieber ich, lieber ich, lieber ich, lieber ich, lieber ich, lieber ich. Lieber ich, 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 Die Incredibel Maxi Ja, liebe Gäste, ist das denn geil? Das ist doch richtig geil, oder? Und die Mama weint, das ist jetzt schön. Und den Applaus, Max! Und den Applaus, Max!